Ich bin Herr Druthmann von ASGISG im Markt. Das eigentliche Thema unseres Vortrags ist der Neon-Nazis im Markt. Aber der andere Seite war mein zweifeliges Bild in Kreisauer und Kurzen, also ich bin nur kurz vorstelle. Ich bin nur kurz vorstelle. Das Ziel der internationalen Bewegungskette ist die deutsch-freundliche Versöhnung, Freundschaft und Zusammenarbeit. Unsere Welt wird zum einen aus der internationalen Medienung zwischen polnischen und italienischen und deutschen Schülern. Zum anderen haben wir auch das Thema nun in der Schule gehen, zum einen heute, aber auch in der Schule. Die Medienung eines italienischen und italienischen Schülern hat in erster Linie die Umarbeit gegeben, und es gab eigentlich auch vollständige in Deutschland, vor allem von neunischen Schülern, also noch nie in Deutschland hat, hatten, und erst da war, wie wir über die Zeit des nationales Wettbewerbs denken. Wir haben uns aber abends auf die Truppen diskutiert, und nachdem es auch die Ukrainer und die, die im Rheinland erzählt haben, wurden wir damit zusammengeschweißt, und erinnert, haben wir von dem Wohl erfahren, dass sie vorstelle unbekommen waren, und sich da verständlich haben. Im Rahmen des Präzis haben wir es aus dem Rassungslager in Russ Russen zu tun. Russ Russen war von 1940 bis 1945 der Rasslager, in dem die Maritie eine Teil hochabgeordnete. In Maritie waren es in der Osttage von den deutschen Wolkenstraßen 10. In Russ Russen waren in den Rügeljahren von 1945 bis 1945 und in den 4500 Wettbewerbs in der Strecke erinnert, und in den 40.000 Wettbewerbsschäuern sind. Während unseres Besuches im Rassungslager wurden auch die irgendeine Barattung der Rasslager gesucht. Die Bilder, die ihr erzählt habt, wurden aus der Erinnerung eines Rasslings gezeichnet. Ich denke, die Bilder hat das Gesicht, und ich muss nicht sagen, wir sind das Rassungslager. Die Damen und Herren sind in unserem Besuch im Rassungslager, da haben wir ganz lange geduldet. Dort haben wir einen Vortrag von jüdischen Wolkenprojektionen gedacht, und um anderen Bauaufragung ist das heute wieder bis zu 12.000 Wettbewerbsschäuern in Brüde. Es hat uns gepräuselt daran, dass es viele jüdische Gemeinden gibt, die aktiv sind und weiter entstehen. Dann haben wir wieder etwas gesehen. Diese zwei Arte standen aus der Erszeitung der Welt, uns im Rassungslager zu sehen, auf denen die Männern siehst, die Wände der Serbode und genau wurden wie Blumen des Glas oder Blumenbaus geschnitten haben. Wir haben uns schon jetzt gesehen, dass es heute noch so viele Menschen gibt, die nicht einfach was glauben. Und warum haben sie auch gefragt, hat sich eigentlich nichts verändert. Und wie sieht das eigentlich hier mal bei uns aus? Gibt es auch bei uns noch so viele Leute? Um diese Fragen zu erinnern zu können, wird nur Frau der Vorsitzende.